Waren es vorher Worte, die Gefühle erzeugen, so sind doch wahre Gefühle gelebte Wirklichkeit die. In den Wassern können wir ihre Stimmen hören, beginnen mit der Welle ihrer Gefühle zu. Schwingen und dringen in Welten vor, die nie ein Mensch mit seinen irdischen Augen gesehen hat. So ist jeder Tropfen gefüllt mit unermesslichen, für uns kaum vorstellbaren Informationen, die jenen. Zugänglich ist, die in das Reich der Tiefe eindringen, mit der Information verschmelzen, um Teil von. Ihr zu werden, wahres Glück führt zur wahren Erkenntnis. Zum inneren Frieden mit Gott, zur Allmacht des Lebens und schließlich zur grenzenlosen Liebe und Dankbarkeit. Und in seiner Schöpfung machte Gott der Schöpfer deutlich, in jedem Teil seiner Schöpfung als. Gedanke zu sein, in seiner uneigennützigen, absoluten Liebe verband sich Gott mit seiner Schöpfung und verschmolz. Mit seinem Sein als wunderbare Einheit, die jeglicher Kreatur seinen Namen gab. So entsteht eine Welt nach der anderen und wir leben in den Welten als göttliche Kreaturen. Wir verbinden uns zu immer neuen Schöpfungen auf der Suche nach unseren Ursprüngen. Geschaffen von zeitlosen Schöpfern auf der Suche nach ihrem MLCH war und vergessen ihr Ich Bin. Verloren sich in Gedanken zu erschaffen mit ihren Fragen neue Weltenräume, die sie abgeschlossen wähnen wollten, um ihrem Ziel des Ich-War-Stern näher zu sein. Wir sind, was wir waren, und werden sein, was wir sind. Alle Antworten sind in dir, wie auch alle Fragen in dir sind, die eines Tages das Licht deiner Welt erblicken. Niemals sind wir allein gewesen, weil immer das Licht da war. Ich bin, was ich bin, ich bin nicht, was ich sein kann. Denn das, was sein kann, ist nicht das, was ist. Ich spiele die Rolle in meinem Leben, die mir authentisch ist. Es ist Altes im Fluss ist, es bleibt nichts außer Erinnerungen, die sich im Zeitfluss den Erfahrungen anpassen und auch ihre Form ändern. Da wir alle nackt in diese Welt kamen und uns Attribute erst verliehen wurden und diese Welt Nackt wieder verlassen werden, um entweder neu zu inkarnieren oder aufzusteigen, ist der Wert. Eines jeden Menschen gleich, welche Attribute er auch immer in vergangenen Leben erworben oder verloren hat, macht ihn auf. Erben zum Schuler, zum Lernenden, von Hartmut Alt Abonniert